Hallo und jetzt willkommen zu einer Heu4-Übersicht für den neuen Cornflakes-Patch. Und zwar haben die jetzt einen Patch rausgebracht, 1.5.1, und einen Death Diary, das was halt wirklich jetzt Tiger Post Release nennen wird, sowas habe ich glaube ich noch nicht gesehen in der Form, und ein paar Statistiken drin sind, was die Leute denn jetzt spielen und was Sache ist. Und dann, bevor ich jetzt aber loslege in die Details da vorne reingehe, möchte ich die Gelegenheit nutzen und nochmal schnell Werbung machen für die Multiplayer-Runde, die heute Abend anläuft. Wir spielen ja die Heu4-Multiplayer-Runde mit unseren eigenen Fraktionen, ihr erinnert euch vielleicht, das römische Imperium gegen das Kaiserreich der Hohenzollern, gegen die kommunistische Weltverschwörung, gegen das Nobunaga-Schogenat. Heute Abend geht's los, ich muss mal selbst auf die Uhr gucken, um 19 Uhr bis 23 Uhr, also Freitag 19 Uhr bis 23 Uhr, heute geht's los auf meinem Twitch-Kanal. Und Samstag geht's um 18 Uhr weiter und Sonntag geht's um 16 Uhr weiter. Wir haben letzte Woche schon eine andere Runde gespielt, da waren mehrere hundert Zuschauer dabei, live, das war wirklich eine schöne Sache. Also auf dem Twitch-Kanal ist ja auch verlinkt unter dem Video. Das kommt dann, hier können wir noch die Fraktionen und die Sonderregeln angucken, dann habe ich noch andere Videos gemacht, die da mehr ins Detail gehen. Da könnt ihr einfach am Kanal mal wühlen gehen, wenn ihr da mehr Infos möchtet. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, dann machen wir noch schnell, dann gehen wir in die Komplex-Geschichte hier vornherein, ist, ich habe jetzt hier durch Zufall entdeckt, dass die Spiele verschenken bei Twitch. Also wenn ihr ein, so wie ich das hier verstehe, wenn ihr ein Twitch-Abo macht, irgendwo, also nicht wirklich das, wo ihr Geld für bezahlt, das wahrscheinlich auch, aber wenn ihr es über Amazon Prime macht, und Amazon Prime macht ihr ja auf Amazon, wenn ihr irgendwie schneller Sachen bestellen wollt oder so, und selbst das ist sogar umsonst, wenn ihr Student seid, dann könnt ihr euch so, ich glaube für zwei Jahre oder so, kriegt ihr umsonst Amazon Prime, wenn ihr als Student euch dafür anmeldet, ohne Pfennig zu bezahlen, zumindest war es in meiner Zeit damals so, und wenn ihr das halt habt, und dann bei Twitch eben einen Kanal abonniert, und dann kostet das halt nichts, weil das eben durch Prime Show abgedeckt ist, was halt eben umsonst sein kann, wenn ihr Student seid, und dann kriegt ihr umsonst Spiele, und nicht irgendwelche Schrott-Spiele, sondern zum Beispiel Shadow Tactics. Ich habe mir das zum Beispiel noch dieses, letztes Jahr gekauft, für 40 Euro, also das ist ein ziemlich gutes Spiel, Shadow Tactics, ich kriege also nicht nur Schrott-Spiele, wenn ihr das noch bis zum 31. macht, dann kriegt ihr das zum Beispiel noch dabei, und jeden Monat gibt es andere Spiele, weiß gar nicht, das März, genau, hier müsst ihr auch im April, gibt es zum Beispiel diese Spiele hier, die sagen mir alle nichts vom Namen, jetzt ehrlich gesagt, Borderlands klingt aber nach so einem Recht, das soll dieses Action-Spiel, oder? Auf jeden Fall kriegt ihr das auch, zusätzlich dazu, dass ihr natürlich den Twitcher dann supportet, also muss auch nicht bei mir sein, könnt ihr irgendjemanden anklicken. Ich wollte darauf hinweisen, dass wenn ihr eh schon Amazon Prime habt, oder eben das nicht ab dem Student seid, das umsonst bekommen könnt, oder Schüler glaube ich auch, ihr könnt euch hoffenweise halt relativ gute Spiele damit holen, würde ich halt darauf zurückgreifen, würde ich nicht ungenutzt vergehen lassen. So, jetzt gehen wir mal in den Patch rein, also was haben wir hier vorne? Wir haben die, machen wir erstmal die Afterdinger hier, das ist interessanter als der Patch, die Patchen habe ich schon gestern überflogen, da war eigentlich nichts Sinnvolles drin, wir können gleich auch nochmal durchgehen, aber erstmal das hier, also erstmal haben die gesagt, dass es, overall the release has been very stable, haben die geschrieben, das ist jetzt, also ich glaube zu langsam, die haben sich wirklich paradox genannt, weil ihre Aussagen paradox sind, aber sagen wir mal so, also very stable, das würde ich ja unterstellen, im Vergleich zu anderen Releases wahrscheinlich, ne, und was ist very stable? Also ich habe halt kleine Minilax in dem Spiel, im Multiplayer haben wir mehr D-Sync als sonst, ist das very stable, das Forum, das geht halt in die Barrikaden hoch, wie bei keinem anderen Patch, also daher ist halt die Frage, ob die da nicht vielleicht ein bisschen geflunkert haben, mit dem Begriff very stable, also sehr stabil, könnt ihr auch unterstellen, dass genau das eben nicht der Fall ist, sie sprechen hier unten ein paar Sachen an, Balance haben sie wohl geändert, obwohl die sprechen gar nicht die very stable Geschichte an, aber hier über die Balance wollen sie halt verändern, interessanterweise scheint die Realität auf Luftkampf und Landkampf da zu liegen, also Luftkampf, was für ein Landkampf zusammen gehört, ich habe da jetzt eine ganze Menge Stunden da schon reingesetzt, in die Version und ich sehe tatsächlich keinen großen, also hier eigentlich gar keinen Unterschied, was sich da jetzt verändert haben soll, dass die das jetzt unbedingt ändern müssen, wahrscheinlich, weil die Bomber Airpower geben, also im Sinne von, dass dann die Defense im Landkampf von den Divisionen runtergehen eventuell, aber war das vorher nicht auch so gewesen, weil der hängt ja jetzt von diesem Air Superiority Value ab und den haben alle Flieger schon immer auf 1 gehabt, meines Wissens, aber selbst dann, Lufthochheit ist Lufthochheit, die scouten ja dann auch, also ich weiß nicht genau, was die da ändern wollen und warum das das absolut Wichtigste überhaupt ist, warum es da keine anderen Baustellen gäbe, ich hätte, ich könnte wahrscheinlich einen halben Tag die Tafel vollschreiben, wenn die mich fragen würden, welche Baustellen interessanter wären und ich wüsste nicht mal, warum das überhaupt eine Baustelle ist. Na gut, D-Synx Multiplayer scheint aber nicht wichtig zu sein, also nur 2% der Spieler haben wohl D-Synx Probleme im Multiplayer. Wir haben jetzt tatsächlich letzte Woche hier aktiv Multiplayer gespielt, mit, ich glaube, 36 Spielern zeitweise immer gleich und werden tatsächlich immer nur, also D-Synx immer nur bei bestimmten Personen und der kam auch nur bei diesen Personen und mein Verdacht da wäre auch tatsächlich, dass das bei dieser Person, also entweder er hat wirklich Pech gehabt oder dass er halt wirklich vergessen hatte, einen Mod auszumachen, der ihm irgendwie schönere Grafiken und so einen Scheiß gibt oder er hat halt wirklich eine andere Sprache vielleicht als je gehabt, das soll ja auch zu D-Synx führen angeblich. Aber eigentlich bei 36 Spielern haben wir gar keine D-Synx Probleme, außer die, die wir am Anfang halt noch 5 Minuten rausgekickt haben und das war halt immer nur einer pro Tag. Also von daher lief das wirklich sehr stabil und war kein Problem für uns. Ich weiß aber, dass das Forum absolut, also war halt voll, die sind halt explodiert, die Leute, dass die alle D-Synx hatten. Auch ein paar, die ich hier kannte, hatten D-Synx, aber wie gesagt, mit unserer Multiplayer-Runde 36 Mann, einen raus, der das hatte und dann lief es stabil für alle, weil es immer dasselbe war, der das hatte. Also tatsächlich sehe ich das nicht, dass das ein Problem darstellt und die sagen ja auch so 2%, das würde ich Ihnen sogar mal glauben. So, Fokus-Tree-Fixes. Offensichtlich gab es, wenn man aus Deutschland nicht Faschisten gegangen ist, gab es ein paar unvorgesehene Effekte. Allen voran könnte man sagen, die World Tension geht nicht hoch. Ich vermute, weil das Sie das damit meinen. Ist denen halt jetzt irgendwann mal aufgefallen, nachdem er so, so oft getestet wurde. Also das fällt einem halt, also ist mir beim ersten Let's Play aufgefallen, nach ungefähr 2 Stunden, dass die World Tension nicht mehr hochgeht, wenn ihr keinen Faschisten in der Welt habt, der Krieg führt. Klar könnt ihr diese Ereignisse machen, in Russland so angreifen, aber dann geht ihr halt 10%-Punkte hoch und wenn ihr das erobert habt, geht es auch 40, glaube ich, hoch. Also sagen wir mal so, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass es so, dass ihr sagen würdet, ihr geht ein Auto anmalen und dann fällt euch auf, ihr habt vergessen, die Farbe mitzubringen. Das ist halt irgendwie, also unbegreiflich, wie das daneben gehen konnte. Na gut, aber lasst uns das mal so stehen. Das ist auf jeden Fall richtig, dass sie da was ändern müssen. Das ist nett, dass sie das auch gemerkt haben. Aber das ist halt einer der Hauptverkaufsargumente für das DealC, meines Wissens, gewesen, dass man mit Deutschland jetzt andere Sachen außerfaschistisch gehen kann. Und das wäre schon schön, wenn sie das Hauptfeature getestet hätten vorher. Also es ist nicht katastrophal, man kann es ja trotzdem spielen. Bei mir hat der Pole ja ein Russenblatt gemacht und da hatten wir ja genug Krieg. Aber ich denke mal, dass man sowas vorher testen dürfte. So, was haben die Leute jetzt gemacht? Wir haben hier ein bisschen Daten geholt. Also wenn die Deutschen in Deutschland spielen, dann haben die wohl 55 Reihen in Land genommen. 45 Prozent sind auf. Also das Rheinland ist halt, man bleibt faschistisch. Und Oppos Hitler ist halt, man geht Monarchie, was witzigerweise Demokratie ist. Die haben halt keine neue Fraktion eingeführt. Und ja, das geht. Es gibt nämlich schon einen Mod, der tatsächlich Monarchien einführt. Also ihr könnt mehr Fraktionen eigentlich machen. Die Game Engine gibt das ohne Probleme her. Warum auch nicht? Aber Paradox hat gesagt, wenn ihr eine Monarchie macht, dann seid ihr eine Demokratie. Wir machen kein Monarchietree. Nicht in dem DLC. Das verkaufen wir wahrscheinlich extra. Also ich will ja nicht flämen, die Jungs. Aber das ist halt unverständlich für mich, dass das hier unbedingt eine Monarchie werden muss, nur weil die zu faul waren, eine Demokratie werden müsste, nur weil die zu faul waren, ein Tree einzuführen, eine Monarchie heißt. Genauso wie der Kaiser auch nicht irgendwie Monarchie ist oder Kaiser oder Adel oder irgendeine andere Fraktion. Die sind halt non-aligned, not-aligned, die Kaiser, die Kaiser, der Kaiser. Das verstehe ich halt auch nicht. Warum ist der Kaiser not-aligned? Warum haben sie sich nicht da die Mühe gemacht und haben sogar gesagt, dass die Adelshäuser untereinander Fraktionen sind? Ja, also der kommt meinetwegen aus dem Adelshaus Hohenzollern, dann ist das das Adelshaus Hohenzollern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das in England mit den Hohenzollern aussieht oder in Spanien, oder wo die noch herkommen, die Jungs. Aber wenn da auch Adelshaus Hohenzollern wäre, dass man dann einfach automatisch bessere Beziehungen hat und besondere Sachen freischaltet. Das wäre halt das Feature, also das wäre halt einfach das Brüller-Feature gewesen. Ich glaube, dass die Leute das gerne gesehen hätten. Und naja, auf jeden Fall, mit ungefähr die Hälfte interessiert sich dafür. Die andere Hälfte, die will den neuen Schuh einfach nicht geben. Liegt auch daran, dass er einfach super schwach ist und das Hauptproblem ist, dass er keine World Tension bekommt. Also wenn er halt euch 37 den Alliierten anschließt oder so, als ursprünglicher deutscher Aktien-Spieler, dann passiert halt nichts in dem Spiel. So, Japan, scheint ein bisschen gleichmäßiger. Ne, Pirsch, so Codan Faction, okay. China, da ist die Argerian Socialition, interessant, Manchuko, okay, das war eigentlich alles, alles klar. So, jetzt geht es in die Patch Notes, was sie hier gemacht haben. Die haben wohl ein Desperate AI Improvement gemacht, also die Künstliche Intelligenz haben sie verbessert. Der Computer wusste wohl nicht, wie man den Escape-Button benutzt. Das Not Switch Escape Provinces, as long as a one wallet and fixed a case a world can try to escape. Ja, hm. Also sagen wir mal so, ich habe keinen großen Problem mehr drin gesehen, dass die KI halt blöder, als sich sonst benimmt. Erst recht nicht mit diesen neuen Rückzugs-Button. Aber wenn ich meine, dass das der Desperate Improvement war, also immer von der KI Desperate Improvement reden, ich fände es halt cool, wenn zum Beispiel die Amerikaner 46 mal einen Medium-Panzer herstellen würden oder einen schweren Panzer oder wenn die Panzer-Templates mehr als vier Brigaden hätten oder die mal hergestellt würden oder die Panzer nicht durchs Gebirge gezogen werden oder die KI nicht auf breiter Fläche Angriffe durchführt, wo die Siegchance über ungefähr 10% steht und von vornherein immer rot ist oder ich hätte noch so ein paar Wünsche für Desperate AI Improvements, Japaner, Norwegen, Leute durch den Erdbekanal fahren und wo die gegnerische Flotte nur halt da ist, von vornherein und, und, und. Da gibt es halt eine ganze Menge Sachen, wo ich mich fragen würde, warum das nicht ein Desperate AI Improvement wäre. Das hier tatsächlich habe ich auch nicht als ein Problem empfunden, aber das ist wieder wahrscheinlich Geschmackssache, vielleicht hat der eine andere seit die Wände hochgegangen, weil die KI wohl nicht mit dem Rückzugsbutton klarkam. Vielleicht. War bei mir auf jeden Fall nicht so. Find a case where Armoredivisions were being allowed in Defense Front. Fix the case. Tatsächlich bin ich mir noch nicht sicher, was das für Defense Front von denen sein sollen. Ich würde die KI mal schwachsinnig nur Frontbreite machen und dann angreifen und da stehen bleiben, aber sagen wir mal, die haben wirklich diese Defense-Dinger. Ich habe halt nicht gesehen, dass die massiv mit Panzern irgendwo verteidigen und wenn, sind das auch leichte Panzer. Also das hatte auch gar keinen Einfluss und da waren das keine wichtigen oder guten Änderungen meines Wissens bisher. So, UI gefixt, einfach ein paar Bildchen verändert, das ist eigentlich nichts Selbstbewegendes bei. Modding, ja, also, wenn die Modder das besser machen, vermute ich mal. Database, hier sind eigentlich immer ganz gute Sachen drin. Two-Wrong-Recision-Names, Namen geändert, repeatable. Aber wobei, ich weiß halt nicht, das ist halt eher so, genau, correct sein, das scheint doch eher hauptsächlich, ja, hier sowas ist ja interessant, also wenn man das benutzen würde. Also hier ist glaube ich doch nichts Interessantes diesmal bei, aber manchmal machen die schöne Sachen da drinstehen. Okay, machen wir hier unten mal weiter, Balance, das ist halt das, wo eigentlich das allerbeste herkommt. Jimmy should no longer lose Equipment, 50% wenn die im Bürgerkrieg sind. So ganz verstehe ich halt nicht, wieso die 50% Equipment verloren haben. Also, das lebt glaube ich, 50% von allen, das ist halt der Bürgerkrieg, ne, das kriegen halt die anderen. Und wenn man es dann im Bürgerkrieg beendet, dann wird das ja auch verschrottet, weil man Land erobert hat, soweit ich das verstehe. Aber, dass man jetzt, ich weiß ja nicht, ob man vorher 100% verloren hat oder was die Idee jetzt da ist oder ob man jetzt mehr oder weniger dadurch verlieren soll. Also in jedem Fall von 0, die Hälfte von 0 ist halt 0, also ich habe am Anfang das ja eh nichts, weil den Bürgerkrieg macht der ja am Anfang und von daher passiert auch nicht viel mit dem Ding. Fokus Tree, Gameplay, Balance, Balance XP, Gamebit, also man kriegt mehr Erfahrung. Die Frage, die Division und die Kommandeure, ich glaube, dass die aber damit die Kommandeure und nicht die Division meinten, das wäre vielleicht eine wichtige Info gewesen. Oder vielleicht die XP, die oben steht, oben auf der Leiste, wo ihr dann die Vision mit verbessert und Flugzeuge und so. Aber ich vermute mal, von den drei XP, die ich jetzt genannt habe, meinen die nur eine der drei und die für die Kommandeure. Ja, ist das jetzt aber eindeutig nicht klar, außer dass die die Tech XP nicht gemeint ist. Vielleicht meinen die nicht die Kommandeure, vielleicht meinen die wirklich die Division im Feld. Und wenn man hinzufügen möchte, dass Flugzeuge keine Erfahrung sammeln, weil ich sehr komisch finde, weil Schiffe und Bodenhubensammeln Erfahrung, nur Flugzeuge nicht. Wahrscheinlich wird es mit den Aces ausgeglichen ein bisschen, aber ich denke mal, dass es auch immer, da könnten wir mal dran arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Schwadron, einer von irgendwie 5000 Piloten, der einzige ist, der Erfahrung gesammelt hat und dann irgendwie 100% besser im Schießen und Fliegen ist. Aber ja, hier ist auf jeden Fall nicht ganz eindeutig klar, wie ich das lese, was da los ist. Also was sie halt gebraucht hätten, was ultra wichtig gewesen wäre für Balancing, wäre halt das neue Erfahrungssystem für die Generäle und die Feldmarschalle. Das ist zwar von der Grundidee nett, in der Praxis aber völlig schwachsinnig. Also erstmal sammelt ihr nicht schnell genug und genug Erfahrung, dann wird ein Großteil der Boni random vergeben, diese drei Punkte bei dem Skill werden random vergeben pro Level. Und dann, wenn ihr Erfahrung habt und ihr könnt ihr halt einen Trade geben, einen neuen, dann hängen die meisten Trades davon ab, dass ihr einen Trade erst erlernen müsst im Feld. Also zum Beispiel könnt ihr wohl erst der Adlerisch-Spezialist werden, wenn ihr halt Dschungelkampf vorher erlernt habt. Habe ich nicht ganz verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber es sind halt diese Voraussetzungen für die meisten Trades bei General und auch beim Feldmarschall einige. Und das ist halt besonders schwachsinnig, das Ganze, so dass ich mich halt erwische, dass ich bei Multiplayer- und Singleplayer-Runden vielleicht ein, zweimal da reingegangen bin in der gesamten Runde. Das ist ja nicht Hierarchie, wie wir das verstehen würden. Bei Heu3 habe ich halt nonstop da rumgeklickt und da hat das auch Sinn gemacht, wenn ich irgendwie von vielleicht 50 Stunden da drinnen mal 5 Minuten zubringe, um was anzuklicken, das ist ein bisschen wenig. Da hätten sie vielleicht was machen dürfen. Okay. Und dann haben die wohl eine Milliarde Bugs gefunden. Ja, da ist aber glaube ich jetzt nichts mehr, worüber wir sprechen müssten. Die Sache mit Bugs ist halt sowieso die Geschichte. Immer wenn die sowas machen, Performance verbessern, Bugfix-Liste und so weiter, dann merke ich keinen Unterschied, außer dass es schlechter wird, wenn im besten Fall. Von daher bin ich, ich will ja nicht sagen, dass die lügen, die machen ja sicher das, was hier dran steht. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine Verbesserung oder eine Veränderung zu zwei neuen Problemen führt bei Paradox. Ja, und von daher, ich kann mal das da durchlegen, sagt dann, Nipi, endlich klappt das oder irgend so ein Zorix. Aber ich habe das Gefühl, dass es eben nicht klappt, ja. Und von daher habe ich keine Lust mehr Bugfixes bei denen zu lesen oder Performance-Verbesserungen. So, auf jeden Fall haben die wohl die Stability und Performance auch verbessert wieder. Hier auch wieder, ne. Ne, haben wir geschrieben, dass ein Fokuspunkt von denen ja auch für das neue DLC war, die Performance zu verbessern, dass er flüssiger läuft. Und genau das Gegenteil ist zumindest auf meinem PC der Fall, dass ich diese Mini-Lax auf einmal habe und auch auf ganz vielen anderen, wenn ich im Forum zumindest nachschaue, ne. Also die Performance, ich weiß ja nicht, was sie immer da reinschreiben. Ich meine, das sieht cool aus, wenn man das so liest, ne. Cool. Tausend Sachen, das muss jetzt einfach weniger Fehler haben, muss flüssiger laufen, weniger abstürzen, bessere Performance haben. Und dann macht er das Spiel an und dann hat er auch immer Mini-Lax, ne. Oder D-Sings und so ein Zeugs. Also von daher bin ich ja sehr kritisch. Also das ist hier steht, ich will dir ja glauben, dass die das gemacht haben, was da drin steht. Aber ich glaube, es führt halt echt dazu, dass sie eine Schraube drehen und zwei sich verdrehen dafür, ne. Ich glaube, ihre Spiele sind inzwischen so komplex, dass die einfach das nicht mehr repariert bekommen in manchen Stellen. Das wäre zumindest mein Eindruck. Ich meine, es ist ja trotzdem spielbar im Moment, aber ich habe den Eindruck, dass wenn ihr zurückpatcht vor dem DLC, dass das Spiel massiv flüssiger lief, auch wenn die andere Sachen halt behaupten, zum Teil. Also, naja, jeder, wer möchte. Ja, Community geht auch nicht gerade overboard mit der Happiness darüber. Da ist normalerweise mehr Likes sonst dran. Ja, das war eigentlich alles. Von wie gesagt, heute Abend geht es dann los. 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal. Ein bisschen früher mache ich wahrscheinlich den Livestream dann auch an. Und dann Gogo Römisches Empire. Ja, und dann bis heute Abend. Ciao, ciao. Ciao.